Das war Bowsers Runde. Jetzt ist Dr. Eggman an der Reihe. Ganz ruhig. Ein Treffer. Ruhig. Sehr gute Technik. Tief durchatmen. Gut gezielt. Zielen. Das war zu erwarten. Achtung. Das war schwierig. Wir beginnen mit der zweiten Hälfte. Wirklich gute Arbeit. Hier ist volle Konzentration gefragt. Sehr gute Technik. Wir bleiben dabei. Ein Fehlschuss. Wird das ein Treffer? Gute Konzentration. Die Sportler müssen Acht geben. Beachtliche Treffsicherheit. Jetzt läuft die Bonuszeit. Wir bleiben dabei. en Steffsicherheit. Die Spannung steigt. Die ruhige Hand gewinnt Gold. Die Spannung steigt.